Guten Morgen hier aus Hamburg. Wir sind hier gerade am Hamburger Hauptbahnhof und hinter uns sind bereits die Aktivistinnen und Aktivisten angekommen, die mit dem Sonderzug gestern aus Basel losgefahren sind. Bereits dort gab es erste Einreiseverbote für Demonstrantinnen und Demonstranten und auch hier wieder das gleiche Bild von einem Kriminalisierungsversuch durch Seiten der Polizei. Die Demonstranten sind hier angekommen und von vornherein gab es behemte Polizisten, Spezialeinheiten, Spalier und auch Gitter sowie Hunde. Die Frage ist nun natürlich, ob die Demonstrantinnen und Demonstranten sich davon einschüchtern lassen vor dieser Machtdemonstration. Wir haben aber bereits bei verschiedenen Parolen gehört, dass die Stimmung hier gut ist und insgesamt wird sich zeigen, wie sich jetzt der weite Ablauf durchführt, ob es hier weitere Vorkontrollen etc. gibt. Wir werden weiterhin berichten.